Die Meraner Traditionsmetzgerei Gottfried Siebenförcher steht seit mehr als 82 Jahren für beste Qualität und größte Sorgfalt in der Herstellung feinster Fleisch- und Wurstwaren. Die Auswahl an Produkten ist bei Siebenförcher breit gefächert. Sie reicht von biologischen Fleischwaren über Wild- oder einheimischen Speck bis hin zu den besten Wurstwaren des Landes. Und nicht zu versäumen ist die Siebenförcher Meisterküche für all jene, die sich gerne bekochen lassen. Täglich frisch zubereitete warme Gerichte warten auf Sie. Saisonale Produkte bestimmen hierbei die täglich wechselnden Rezepte. Da die Sommerzeit auch Grillzeit ist, gibt's bei Siebenförcher schmackhafte Grillteller für einen gemütlichen Abend allein oder in geselliger Runde. Eine wahre Gaumenfreude für Genießer. Gerade für Grillliebhaber ist Siebenförcher die Adresse schlechthin. Entrecott vom Rind, Steak nach Florentinerart, Rindsrouladen, Rippelen, marinierter Truthahn, Bratwurst und hausgemachtes Spießchen. Eine Auswahl, die schon bei der Aufzählung das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Aber die Produktpalette reicht noch weiter. Die Spezialitätenmetzgerei Gottfried Siebenförcher sorgt nämlich nicht nur für ihre Hauptspeise, sondern auch für die passende Beilage. Ob Kartoffelsalat, die hausgemachte Polenta oder die richtige Würze für jedes Fleisch. Und auch Fischliebhaber kommen hier nicht zu kurz mit einer feinen Fischabteilung. Ein kulinarisches Erlebnis der ganz besonderen Art. Mit persönlichen Grilltipps für Sie zu Hause. Herr Fritz, Metzgermeister bei Siebenförcher, wird Ihnen wichtige Hinweise mit auf den Weg geben, wie ein Grillabend garantiert zu einem sicheren Geschmackserfolg wird. Als erstes zeige ich hier die Hühnerschlägelein, ein bisschen aufgeschnitten, werden sie besser durch, gehen sie auch viel schneller. Ich habe hier ein schönes Rostpiff, leicht marmoriert, nicht ganz durchgebraten, wunderbar. Eine schöne Fiorentina, Rinderkotelette, Klassiker auf dem Grill. Ein Schweinefilet mit Speck umwickelt, geräuchertem Speck, macht einen sehr würzigen, frischen Bauernhauswürsten. Kommen aufschneiden, die Haut runterziehen, kommen verschiedene Formen, auch dicke, plattieren, wunderbar. Kommen auf den Grill einhauen, einlegen, ist schnell passiert. Einen schönen Schweinschopf, ist da versteckt ein bisschen. Eine magere Kalbsbrotwurst, die ist schon vorgebraten, obwohl Schweinefleisch normalerweise als Rindfleisch gemacht. Machen Sie es wie Metzgermeister Fritz. Setzen Sie für Ihr Grillfest auf feinstes Qualitätsfleisch von Siebenförcher. Herzhafte Bauernwürste, saftige Filets und würzig-frische Rindkoteletts. Dazu schmackhafte Beilagen. Natürlich alles von der Traditionsmetzgerei Gottfried Siebenförcher. Und der Geschmackserfolg ist garantiert. Guten Appetit. Das alles und noch viel mehr finden Sie in der Spezialitätenmetzgerei Gottfried Siebenförcher unter den Meraner Lauben. jetzt Indeed bis zum nächsten Mal. if 's Vielen Dank.